Willkommen zurück bei Minecraft, dem Spiel, wo ich mehrfach das Texturenpack wechsle. Wie gesagt, noch habe ich keinen Plan. Ihr habt mir auch noch keine Tipps gegeben, aber ist, denke ich mal, kein Problem. Hier war das. Okay, dann kann das raus. So, jetzt stehen geblieben sind wir dabei. Ich war, glaube ich, dabei, irgendwie ein Haus, äh, ein Loch zu finden, äh, nicht ein Loch, was zu finden, um... Sag doch mal schnell. Ich komme nicht drauf. So, hiervon nehmen wir mit dich, tun wir mal weg. Nein. 32 Stück nehmen wir davon mit. Ach, was soll das denn? Warum haue ich jetzt hier das weg, was ich mitnehmen will? So, so, die Angel kann weg. Ja, das reparieren wir mal eben. Dann war das aufgeräumt. So, Leder brauche ich nicht. Das Eisentum war auch mal weg. So, nein, wir waren dabei stehen geblieben, ähm, eine Höhle zu suchen und nachdem, was ich bei meinem Folgenabcheck gemacht habe, ja, das mache ich manchmal, war hier eigentlich am Anfang immer, war hier irgendwo so ein Loch gewesen. Hab... Wieso habe ich eigentlich immer auch friedlich stehen? Ja, im Übrigen, das Texturenpackwechsel wird jetzt mehrmals passieren, ähm, bis ich, äh, wenn nicht wirklich von euch vielleicht was kommt, was jetzt auch nicht unbedingt das Problem ist. Wenn da nichts kämen wird, äh, werde ich mir für eins entscheiden. Das hier ist jetzt die Zeit Janina Craft. Äh, äh, ein Zusammenmix, äh, an sich aus Misas. Ähm... Dann von meine Craft und ein Teil, glaub ich, zusammen... selbst zusammengebaut. Glaub ich, so war das. Hi, Creeper! Boah! Pass auf, schnell, tun wir mal weiter weg. Ja, du verbrennen erstmal. Na, na, Spinne, du kriegst mich nicht, wie? Gut, zack. Das erste Mal, dass ich im LP mit Viechern an... ... in eine Hölle gehe. So. Eisenherr. Ich werde kurz was machen. Das, was ich eigentlich immer mache, aber das habe ich bei Minecraft noch nie getan. Äh, ganz kurz eben. Wo haben wir's denn? So. Moment. Einmal. So. Moment. Einmal. Also, ja, ist schon überbuchsen. Hab da aber grad ein Headset eingestapselt, damit ich auch wirklich hier jeden Ton... ... hören... ... kann. ... kann. Kohle? Hm. Nein, ich bin überhaupt nicht zusammengeschossen. Das passiert mir ja auch nie. Nein. Also, eins ist klar, wir haben hier mehr Kohle... ... als was anderes. Da jetzt... Ach, das ist das Loch hier. Yay! Ich habe das Loch... Ich habe das, ähm... ... den Anschluss zu diesem Loch gefunden. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge jetzt... Habe ich das gefunden, was ich denke, was ich gefunden habe? Ja, habe ich. Der jeden war aber noch nicht runter. Neun Eisen. Ja, ich soll's mir irgendwie mal was zusammen... ... baustern. Hm. Also, Kohle ist hier echt genug. Na komm. Das ist... Nehmen wir mal Kohle mit. Man kann ja nie genug davon haben. So... Das ist ne kleine, schöne Kohle... ... kleine, schöne. ... Kohleader. Im Übrigen wird heute... ... das habe ich aber jetzt schon mehrmals immer gesagt, aber heute wird es wirklich so sein... ... dass ich heute keine lange Aufnahme-Session mache... ... aus der Begründung, dass, ähm... ... ich nicht viel Zeit habe. Ich muss gleich noch kochen... ... keine Ahnung. ... im Übrigen... ... beim längeren Benutzen... ... gefällt mir dieses Text von Peck schon. Cobblestone... ... in genau das, was ich schon immer... ... nur was ich immer wollte, deswegen... ... ja... ... komm, 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 komm... ... bau dich ab, bau dich ab! ... so... ... ach, Mensch... ... so... ... natürlich erkennt man hier auch einige Sachen... ... die von Honeyball kommen... ... aber ich sag mal so... ... wenn die Person, die dieses Text-Touren-Pack hier gemacht hat... ... ja auch die Erlaubnis dafür bekommen hat... ... und auch gut zusammengewürfelt hat... ... dann... ... ist es schön. Ich hab zwar zu dem Text... ... äh, ich hätte mir bei dem Video... ... welches Text-Touren-Pack... ... ja, hm... ... dieses Text-Touren-Pack hier jetzt leider vergessen... ... das habe ich aber auch erst zu spät gefunden... ... nachdem dieses Video zu Ende war... ... circa drei Stunden später... ... oder war das sogar... ... oder sogar mehr... ... habe ich dann auf einmal dieses Text-Touren-Pack hier gefunden... ... und dann habe ich ein bisschen auf dem Free-to-All-Server gearbeitet... ... und, ja... ... dann kam das hier... ... und nach wirklich gutem Überlegen... ... passt das eigentlich... ... die Erde in der schönen Farbe... ... die Kohle... ... eigentlich genau so... ... äh... ... es war von Honeyball... ... aber das Text-Touren-Pack davon war schon... ... äh, die Text-Touren-Version davon war schon immer gut... ... ich werde mal diese Wasserzufuhr hier schließen... ... auch wenn das vielleicht mein Tod sein könnte... ... aber es ist mir jetzt egal... ... äh... ... das habe ich jetzt für was gemacht... ... wow... ... hm... ... hm... ... minus halt, dass da der... ... da ein Riss ist... ... ist das hier nicht so ergiebig... ... aber soll ja mal vorkommen... ... so... ... direkt hier... ... dann werde ich das hier mal ausleuchten... ... so... ... es könnten vielleicht zu viele verkleiden sollen... ... aber... ... hm... ... lieber mehr als zu wenig... ... sag ich immer... ... hm... ... hm... ... gucken wir mal... ... wie... ... warte mal... ... ich habe vier Eisen vorhin in die... ... Truhe getan... ... neun hab ich bei mir... ... äh... ... ist nicht so viel... ... erst mal schlafen... ... würde ich einfach mal sagen... ... so... ... was war das denn jetzt genau... ... wirklich... ... viel hier von... ... äh... ... ich hätte doch... ... habe ich hier nicht mehr reingetan... ... dann tue ich das hier rein... ... bisschen Kohle gefunden... ... das brauchen wir auch nicht... ... das sowieso nicht... ... hm 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 hm... Nicht die größte Aussparte überhaupt. Schauen wir das mal den Helm. Also wirklich ausgerüstet bin ich in diesem LP noch gar nicht. Wie geht es eigentlich meinen Feldern? Zack, 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 zack. So, dann sehen wir den ganzen... Ach, komm schon. So, zack. Hepp, hepp. Bisschen Brot wird das jetzt halt geben, aber nicht so viel, würde ich gerade sagen. Ich bräuchte ein bisschen Klinis, sehe ich gerade. Äh, wie viele? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Ah, ne, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, vier. Naja, vier Brote. Ist auch schon mal ne Menge. Ja, mhm, mhm, mhm. Moment, maim. Keine Ahnung, aber aus irgendwelchen Gründen habe ich zur Zeit einen komischen Husten. Nicht, dass ich irgendwie krank werde oder so. Das ist wichtig, falls ich irgendwelche tollen Sachen finde. Aus dem Rest mache ich jetzt eben Schuhe. So. Dich brauche ich nicht. Dich ziehen wir mal hier rüber. Dich hier hin. Was machen wir eigentlich jetzt? Ziehe ich da noch ne Etage drauf? Ne, kriege die. Okay. Das habe ich auch im LPT auch schon gemacht. Wie? Na, hab du das mal so. Ich werde hier runter jetzt einen Keller setzen. Also ein Lager. Ja. Damit ich genug zusammen habe. Jetzt muss ich kurz das außen ändern. Hier, dann da und da frei. Dann muss ich noch einen runter. Fakkel setzen. Für die ganze vier Schicht bräuchte ich viele, viele K...